Ihr seid jung, aber ihr wollt nicht jung sterben? Ihr habt Kinder und wollt, dass die gesund bleiben? Dieser Film kann Leben retten. In das Thema eurem hessenschau-YouTube-News-Format schauen wir heute auf ein riskantes Spielen mit dem Feuer. Ein Hype unter Jugendlichen, der extrem gefährlich sein kann. Formaldehyd, Acetaldehyd, Aceton, das sind alle drei Stoffe, die krebserregend sind. Pennywise, der Clown, sieht lustig aus, ist er aber nicht. Hinter der bunten Maskerade lauert ein Monster. Ähnlich verhält es sich laut Lungenfachärzten mit dem aktuellen Trend, dem weltweit Millionen, vor allem Jugendliche, verfallen. Einweg, E-Zigaretten, Wegwerf-Vapes. Die Verpackung zeigt das, die Farbe zeigt das, der Geschmack zeigt das. Also hier sind richtig Jugendliche, wenn nicht sogar Kinder in die Zielgruppe gerückt. Und das ist natürlich sehr erschreckend. Sie kommen vermeintlich ungefährlich daher, riechen fruchtig nach Mango, Ananas, Zitrone oder Kokos. Eine trügerische Täuschung. Denn was gesund riecht, kann dennoch gefährliche Folgen für den Körper haben. Wir wissen von den Inhaltsstoffen, dass sie DNA-Schäden hervorrufen, dass sie zum Zelltod in den Alveolen, also in den Lungenbläschen führen. Wir wissen, dass es direkten Schaden an den Gefäßen der Lunge hervorruft. Das weiß man alles aus experimentellen Studien. Jennifer Vogel ist Kundin im E-Zigarettenladen in Großzimmern. Seit zwei Jahren dampft sie E-Zigaretten und bewirbt sie sogar auf Instagram. Am liebsten die Wegwerf-Vapes der chinesischen Trendmarke 11 Bar. Die 27-Jährige hat erst normale Zigaretten geraucht, dann die E-Version und schwirrt nun auf die Einweg-Vapes. Natürlich sind die anderen E-Zigaretten viel größer. Man muss die auffüllen, man muss die laden. Und bei der ist es so, man macht den Verschluss unten ab und oben und dann kann man direkt losdampfen. Und wenn man natürlich dann auch feiern ist, ist das natürlich auch viel handlicher in der Handtasche. Bei E-Zigaretten wird kein Tabak verbrannt, sondern ein Liquid erhitzt. Mit oder ohne Nikotin. Ein Trend, der aus den USA kommt und dessen Zutaten meist in China produziert werden. Einweg-E-Zigaretten. Einmal rauchen, dann wegwerfen. Eine Vape reicht für etwa 600 Züge, so viel wie zweieinhalb Zigarettenschachteln. Je mehr sie merken, dass junge Menschen weniger rauchen, und das hat man in den letzten Jahrzehnten gesehen, desto erfinderischer wird die Tabakindustrie, um neue Käuferschichten zu erreichen. Und ich denke, dieses hippe, unkomplizierte und fruchtige, was ja viele junge Menschen von der normalen Shisha mittlerweile kennen und auch in Deutschland gut kennen, machen sie sich damit neue Käuferschichten zugänglich. Hipper Look, trendige Farben, dazu frische Düfte nach Obstkuchen oder Limo. Wer sollte hinter solch einer Zucker-Watte-Verpackung Schlechtes vermuten? Doch Lungenärzte warnen, nur weil kein echter Tabak verbrennt, sind die Vapes noch lange nicht ungefährlich. Viele Substanzen, die in der normalen Zigarette, also ultra erhitzt, bei verbrennendem Tabak auftreten, die treten hier nicht aus. Andere Inhaltsstoffe wiederum schon. Aber weniger harmful bedeutet nicht harmlos. Das ist immer ganz wichtig. Und man muss feststellen, dass 90 Prozent weniger Giftstoffe nicht bedeutet, dass es 90 Prozent weniger gefährlich ist. Die Einweg-Zigaretten haben den Markt im Sturm erobert, trotz aller Risiken. Weltweit werden täglich Millionen davon verkauft, auch in Deutschland. Der Umsatz allein bei uns in diesem Jahr 300 Millionen Euro, 20 Millionen mehr als im Jahr davor. Einer der größten Anbieter, 11 Bar aus China. Carsten Wirth gibt Workshops an Schulen und warnt dort vor den Gefahren der Wegwerf-Vapes. Was wir häufig erfahren, ist, dass Jugendliche denken, dass es gesund ist. Für uns stellt sich natürlich die Herausforderung als Präventionsstelle, dass, wenn Jugendliche sich entschieden haben für den Konsum von E-Zigaretten, dass sie leichter zugänglich sind dann für Tabakzigaretten. Studien zur Gesundheitsgefährdung von E-Zigaretten laufen, sind aber noch nicht abgeschlossen. Oft dauern diese mehrere Jahre. Lungenfachärzte sind sich aber schon jetzt sicher, Wegwerf-Vapes können nicht nur Asthma und Bronchitis auslösen. Sie sind zudem krebserregend und können Schlaganfälle und Herzinfarkte begünstigen. Zudem führen sie oft zu Abhängigkeiten. Schon gar nicht ist es gut, wenn das hier ein Einstieg zum Rauchen ist. Denn dabei bleibt es häufig nicht. 60 bis 80 Prozent der E-Zigarettenraucher wechseln später zur Zigarette. Die allermeisten also wechseln zur Zigarette und bei den allermeisten wird sogar beides parallel genutzt. Und das potenziert natürlich noch den potenziellen Schaden. Einweg-Vapes. Nicht nur ein Risiko für die Gesundheit, auch für die Umwelt stellen sie ein riesiges Problem dar. Denn in jeder E-Zigarette steckt ein kleiner Akku. Der landet meist im Müll. Es wird jedes Mal ein Akku weggeschmissen. Man spricht von zwei bis drei Millionen Einweg-E-Zigaretten, die monatlich nur von elffach verkauft werden. Sodass da eben auch der Umwelt zuliebe Handlungsbedarf besteht. Auch Greenpeace beobachtet das Müllproblem seit Längerem kritisch. Insbesondere vor dem Hintergrund knapper Ressourcen, seltener Erden und wertvoller Rohstoffe, die in den Akkus stecken. Denn die eingebauten Akkus von nur fünf Elfbars entsprechen dem eines aktuellen iPhones. Im Gegensatz zu den herkömmlichen E-Zigaretten ist in diesen neuen E-Zigaretten, diesen Wegwerf-Vibes, das Lithium-Ionen-Akku fest verbaut. Das bedeutet, es wird also nicht wiedergewonnen, wenn diese kleinen Einweg-Produkte weggeschmissen werden, sind damit auch die Lithium-Vorräte verloren. Und das sind beträchtliche Mengen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Denn wir brauchen dieses Lithium gerade, das im Moment als das neue weiße Gold gehandelt wird, so dringend, um die Energiewende nach vorne zu bringen. Wir brauchen es für den Ausbau der neuen Energien. Weltweit wird ein Riesen-Run gerade auf neue Produktionsstätten, auf neue Schürfrechte für Lithium ausgerufen. Was zu extremen Problemen gerade in den Abbauländern führt. Jetzt hier in Deutschland so einen wertvollen Rohstoff einfach zu einem Wegwerf-Produkt zu machen, das ist absolut nicht mehr akzeptabel. So etwas gehört verboten. Jennifer Vogel gibt ihre leeren Elfbars im Laden zurück. Müll fällt trotzdem an. Um den zu vermeiden und ihre Gesundheit zu schützen, müsste sie ganz auf Wegwerf-Vibes verzichten. Was haltet ihr von den Einweg-Zigaretten? Sollten Produkte, die offenkundig gesundheitsschädlich sind und unsere Umwelt so belasten, besser vom Markt genommen werden? Schreibt es uns in die Kommentare und abonniert gerne unseren Kanal.